herzlich willkommen bei denk elektrisch in gefahr heute in dresden oder in der nähe von dresden und näher zu sein freital und hier findet von formula student team adfloraes aus dresden ja das sponsoren fahren statt ich bin in vertretung für eric hierfür im produkt und ja ich teste heute mal die strecke hier im hintergrund seht ihr schon eine große freistrecke und hier vorne befinden sich dann die studenten die eben die lissi gerade auftanken auf laden und dann geht es hier auch gleich los ich habe den overall schon mal angezogen hier drüben wird sich auch noch umgekleidet und dann geht es auf die strecke nein es gibt vorher noch eine einweisung wie man aus dem fahrzeug schnitz möglich heraus kommt man muss innerhalb von fünf sekunden rausspringen und ja die strecke sind wir vorhin schon begangen und ja kennen jetzt die kurven was wir ungefähr machen müssen und ich bin gespannt was für was wir für eine zeit holen können also seid gespannt mit einem der vorjahres modelle wird erst mal der notfall geübt ich habe es geschafft lacht bei 3,2 glaube ich im hintergrund wird schon gefahren und wir schauen uns das mal an wie sich die anderen hier schlagen bist du aufgeregt ja gut na gut viel erfolg noch es wird ernst es wird ernst der nächste bin ich ich bin schon durch es war absolut genial und ja mal sehen wie sie sich schlägt sie will nicht so sehr rasen sie sie Das war's, das war's. wir sind durch es war ein riesen fehl also ich bin gespannt auf meine zeit uns wird das dann zugeschickt mit einem bild und ja der zeit dazu hier fahren die jungs und mädels noch ein paar restliche runden wir waren jetzt die letzten beiden fahrer und ja jetzt geht es wieder auf den heimweg danke an das formulär student team von elf lorace macht weiter so wir drücken euch die daumen für die weiteren wettbewerbe eric wird euch natürlich denke ich auch weiterhin mit unterstützen über sein unternehmen in produkt schaut auch da gern mit vorbei und ich verabschiede mich hier von meinem kanal bis zum nächsten video denkt elektrisch und falls ihr das mal testen wollt auch in dresden könnt ihr natürlich ein model 3 performance mieten schaut da vorbei auf denk elektrisch punkt e also bis dahin schau so Bis zum nächsten Mal.